So, da sind wir wieder zu Let's Play GTA San Andreas Part 32 und ja, wir starten hier einfach mal die Mission voll durch. Gone Countering. Ne, Courting. Courting. Keine Ahnung. Hahaha. Hahaha. Alright, I'm coming. Look, baby. I really need that paper. Oh my god. What in hell's name is that? This? You fucking prick? This is a rock. I'm gonna torture your sorry ass. Mist, Kalle. Never write to me. You don't call. You treat me like a fucking horse. Like one of your horse. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow. Hey. Ooh. Ah. Ow. Dang. Oh, shit. Yes. Faster. Harder. Deeper. Oh, yes. 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 Maybe we can go out and rob now? Hahaha. Hahaha. Geil. Können wir jetzt, äh, vielleicht auf einen Raubenzug gehen? Hahaha. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you and you act like I'm an idiot. So, K-Rose. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first. Then I will make you with them. Enough! I need some fucking money. You wanna rob a betting shop? Yeah. You know, man, you know? Here, Carl. Satchel Chargers? What the hell'd you get them? Okay. Geh, äh, ins, ins Side-Track. Was auch immer da noch stand. Open the backroom door or I blow your fucking face off! Leave the panic button or I'll kill your children too! I warned you, you stupid bitch! Stupid fucking bitch! Now I kill you! Eat my shit! Okay. Okay. Gut, äh, das sieht aus wie Geld. Okay, I got it! About fucking time! You're a fucking slut! Die hat immer an, irgendwas auszusetzen. Das ist einfach so. Get in the fucking car! Move in or lose it! You want me?! Come get me! Hey, you're in the car! Spitze! So, schnell abhauen. Zum Pay and Spray. Come on home, so I can scream and throw things at you for nothing cause I'm on the Rag! Ah... Whoa! Hey, Idiot, der Fick! Ich töte alle von euch, Polizei! Mhm, sehr interessant. Haha. Tick, du bist! Okay. Get it, you fucking hero! Okay, und schon sind wir die Bullen los. Oh, in Hell sieht der ganz gut aus, der Camaro. Ist ein Camaro, ne? Ja, ich glaube, das ist ein Camaro. Mit alten Autos kenne ich mich schon ein bisschen aus. Denn ich mag so die neuen, die neuen Autos so, was weiß ich, äh, und so. Ähm... Ja, halt die neueren Autos, BMP und all sowas, das mag ich nicht so wirklich. Ich mag eher so die alten Dodge und so. Oh Gott, ich mag das ein bisschen! Ich liebe Carl! Eine Mädels Herz ist in dem besten, der sie sich gelegt hat. Und du verbringst mein Herz! Manchmal will ich uns beide töten! Bitte! Mach das nicht! Just relax ein bisschen! Also ich persönlich mag, also mein Lieblingsauto, was ich später auf jeden Fall haben will. Ich weiß nicht warum. Ich find's einfach nur geil. Ähm, wäre ein... Oh Gott, I like that a lot! Oh Mann! Verdammt! Äh... Raus! Streck aus! Also, das Auto, was ich auf jeden Fall später haben will, wenn ich groß bin und wenn ich da genügend Geld hab, denn, ähm, hol ich mir auf jeden Fall den 69er oder den 70er Dodge Charger RT. Das ist definitiv klar. Ich find den total geil. Schön mit Kompressor und alles. Oh... Oh... Schönes Auto. So... Sehr schön! Gut, ich würd sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, bis dahin! Ciao!